Ja, vielen Dank. Dann kann gleich anschließend der Dennis uns eine Perspektive doch noch auch aus der grünen Sicht geben. Dennis Grieser ist auch studierter Rechtsanwalt, kommt eigentlich aus Mainz, hat in Mainz auch studiert, hat auch eine eigene Rechtsanwaltskanzlei, allerdings ruht das, denn parallel zu seiner juristischen Ausbildung war er Vorsitzender der grünen Jugend Hessen, später dann Stadtverordneter in Rüsselsheim, wo er jetzt sogar hauptamtlich arbeitet als Bürgermeister der Stadt Rüsselsheim und kann uns dann seinen persönlichen Einblick in Arbeit in und mit der Partei geben. Jetzt kommt der alte weiße Mann nämlich, mit meinen 35 Jahren bin ich offensichtlich der Älteste hier in der Runde und so fühle ich mich auch, wenn ich das eine oder andere hier gehört habe. Ja, warum tut man sich Politik als Berufspolitiker an? Max Weber haben wir heute schon gehört, wer Politik überhaupt oder wer vollends Politik als Beruf betreiben will, lässt sich mit den diabolischen Mächten ein, die in jeder Gewaltsamkeit lauern. Das haben wir heute schon gerade von unserer jungen Piratin, Ex-Piratin gehört. Daran hat sich die letzten 100 Jahre nichts geändert und ich glaube, das muss man einfach wissen, wenn man Politik machen will, dass es schon immer so war und schon immer so ist. Ich versuche es auf eine persönliche Art und Weise näher zu bringen, was mich motiviert. Es wäre schön, wenn man sagen könnte, 1986, Tschernobyl war der Grund, warum ich Politik gemacht habe. Da war ich sieben Jahre alt, das hat meine Mutter mehr bewegt als mich. Meine ersten politischen Gedanken kamen eigentlich erst zwei Jahre später bei den Olympischen Sommerspielen, als mir aufgefallen ist, da gibt es zwei deutsche Teams, die antreten. Für einen Neunjährigen, der damit nichts zu tun hatte, war das ganz seltsam und da habe ich begonnen, mich mit meiner Umwelt wirklich zu beschäftigen und 1989 ist als Negativbeispiel angeführt worden. Für mich war das eigentlich damals als Zehnjähriger das Zeichen, dass die Welt sich verändern kann und dass nicht alles so gleich bleiben muss, wie es ist und das ist für mich ein ganz motivierender Faktor gewesen. Der Mann war es aber nicht, sondern das war eigentlich der Mann, der mich motiviert hat, in die Politik einzusteigen, aber nicht, um Politik zu machen wie er, sondern ich habe diese Republik noch gekannt, in der Helmut Kohl Bundeskanzler war, diese verknöcherte Republik und für mich war klar, das kann so nicht bleiben und da muss etwas anderes her. Das Kontrastprogramm, auch wenn man es heute kaum glauben mag, war damals Joschka Fischer, das waren die Grünen. Das war nicht nur der Turnschuh, das war der ganze Habitus, wie Politik auch anders gehen kann. Das hat mich als jungen Menschen damals mitgerissen, wobei ich ein sehr vorsichtiger Mensch bin und immer schon gesagt habe, nicht von Emotionen mitreißen lassen. Der Eintritt in einer Partei ist keine Liebeshochzeit, sondern das ist aus meiner Sicht ein Übel, das man eingehen muss. Thomas Jefferson hat gesagt, wenn ich nur durch eine Partei in den Himmel kommen könnte, würde ich dort gar nicht hingehen. Aber für das eine oder andere, was nicht der Himmel ist, braucht man eine Partei. Und ich habe gesagt, wenn ich schon diesen Schritt gehen will, dann soll er sehr wohl überlegt sein, denn das ist eine Art Vernunft-Ehe, die man eingeht. Ich habe mich mit allen Parteiprogrammen als 14-Jähriger auseinandergesetzt, damals gab es noch kein Internet, die habe ich mir noch per Post kommen lassen. Das FDP-Programm hat sich super gelesen und wenn es nach dem Grundsatzprogramm gegangen wäre, wäre ich vielleicht auch da gelandet. Aber das gesamte Rundum-Paket bei den Grünen hat gestimmt, da hat Programmatik und haben Personen und Aussagen übereingestimmt und das hat mich dazu bewogen, bei der Grünen Jugend einzusteigen und bei den Grünen in Mainz. Da war ich so 15, 16 Jahre alt und es ging alles ratzfatz. Mit 18 Jahren war ich Parteivorsitzende der Landeshauptstadt und mitten im Wahlkampf drin für den Regierungswechsel 98. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt viel Negatives auch darüber gehört. Das hätte ich, würde ich eigentlich häufiger sehen wollen. CDU und der Opposition, die versucht gegen eine rot-grüne Bundesregierung Politik zu betreiben und zu polemisieren. Das hatten wir sieben Jahre lang, ansonsten ist leider die CDU die wohl bundesrepublikanische Standardregierungspartei, so kommt mir es vor. Aber damals war es anders und in diesen sieben Jahren ist unglaublich viel passiert. Die eingetragene Lebenspartnerschaft ist gekommen, der Atomausstieg, die Arbeitsmarktreform, erneuerbares Energiengesetz, das neue Staatsbürgerschaftsrecht, Verbraucherschutz ist Thema geworden, Agrarwende, die Ökosteuer ist gekommen. All das war Rot-Grün in diesen sieben Jahren. Das hat mein Vertrauen in Politik gestärkt, dass politische Mehrheitsverhältnisse auch eine andere Realität hervorbringen können. Ich bin dann 2001 in die niederen Gefilde der Kommunalpolitik eingestiegen und da geht es nicht um Hundekot, da geht es auch nicht um Kanaldeckel, sondern da geht es um die konkreten Belange der Bürgerinnen und Bürger in einer Stadt und da bin ich auch dabei geblieben über die ganze Zeit. Das hat mich nicht davon abgehalten, Ausflüge zu machen auf die Landesebene. Ich bin, ich glaube, in einer der ersten Kampfkandidaturen Landesvorsitzender der Grünen Jugend Hessen geworden, in der zweiten Kampfkandidatur ein Jahr später nicht mehr wiedergewählt worden, so kommt das halt manchmal, aber in diesen Jugendorganisationen lernt man, wie es zur Sache geht und das muss man mitbringen. Dieses dicke Fell muss man sich zulegen, sonst wird man in der Politik nicht bestehen können. Und für mich war es aber auch immer wichtig, nicht auf Politik als Beruf angewiesen zu sein, denn nichts ist schlimmer als die, die von Parlamentsmandat zu Parlamentsmandat hüpfen müssen, weil sie sonst keine Perspektive haben. Deswegen habe ich mich 2006 mit einem Kollegen selbstständig gemacht und erst als das in trockenen Tüchern war und ich gesagt habe, ich bin von dieser Partei nicht existenziell abhängig, habe ich gesagt, ich kann auch den Sprung in die Berufspolitik wagen. Ich bin jetzt Bürgermeister und zuständig für Kinderbetreuung, Jugend, Seniorinnen und Senioren, Soziales, Gesundheit, Bildung, Kunst und Kultur in einer 60.000 Einwohner Stadt. Das ist ein extrem vielfältiges Tätigkeitsfeld und dafür bin ich auch der Partei sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeit gibt, weil es kaum einen Beruf gibt, in dem man mit so vielen verschiedenen Dingen Tag aus Tag ein beschäftigt wird. Krankenhaus, Theater, 21 Kindertagesstätten, Volkshochschule, Seniorenresidenz, Stadtarchiv, 17 Schulen, Musikschule, Jugendamt, Stadtbücherei, Museum. Das ist eine Bandbreite, die findet man normalerweise im Beruf nicht. Und man kann das umsetzen, wofür man angetreten ist. Chancengleichheit schaffen, das dreigliedrige Schulsystem sind wir gerade dabei, abzuschaffen. Da habe ich ein Bürgerbegehren gegen mich, das im März zur Wahl steht. Aber das macht alles Spaß. Manchmal macht es keinen Spaß, wenn man sieht, wie die Partei sich verändert. Ich war mal der Oberrealo in den 90er Jahren. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich eher in der linken Hälfte der Partei angekommen bin. Aber auch das gehört dazu. Zeiten wandeln sich und das muss man so zur Kenntnis nehmen und mitgehen, solange es eben geht und die Distanz nicht zu groß wird. Politik ist für mich, das gebe ich ganz offen zu, auch eine Art von Droge. Wenn man erst einmal angefixt ist, dann fällt es sehr schwer, davon loszulassen. Wir haben es ja auch gerade gehört, da ist man nicht bereit, einfach loszulassen, auch wenn es mal ein bisschen heftiger zugeht. Und so wie manche Autofahrer den Geschwindigkeitsrausch braucht, braucht ein Politiker eben halt auch die Tätigkeit. Das gehört einfach zum Persönlichkeitsbild dazu. Und die ganze Kritik, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen ausgenommen, aller anderen, die ganze Kritik, die geäußert wird, trifft sicherlich oft und in vielen Punkten zu. Aber das System, das wir haben, funktioniert und ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert und dass es auch reformfähig ist. Und wer damit eben nicht konform geht, schlechte Kandidaten, Kandidatinnen müsste man ergänzen, werden von Bürgerinnen und Bürgern gewählt, die nicht zur Wahl gehen. Der darf sich aber auch nicht beschweren, wer sich nicht einbringt. Und ich erlebe das halt viel zu oft, 60% der Wähler gehen nicht zur Kommunalwahl, kommen aber dann zu mir, um sich zu beschweren und das ist immer meine erste Frage, wann Sie wählen, dann gucken Sie immer ganz dumm. Ich kann immer nur sagen, Politik ist wie ein Spiel, man muss die Spielregeln kennen, dann macht es auch Spaß und man muss den Ball halt hochnehmen und mitspielen. Und ansonsten, wenn man halt die Regeln nicht kennt und wenn man nur von außen zusieht, dann wirkt das manchmal etwas befremdlich, aber es ist jedem selbst überlassen, ob er seine Zeit, seine Freizeit da rein investieren will oder nicht. Ich habe es getan, ich bereue es nicht und wenn Sie anderes mit Ihrer Zeit zu tun haben, kann ich damit auch gut leben.